die skypeam-blocks gar nicht mal schlecht eigentlich als facke ersatzten ne der ist hier nicht gelandet, oh schade ok was wollte ich noch tun, ach ja, ich wollte mal gucken ob ich noch ein paar Exzenzen hab dann mache ich mich noch ein paar, oh hi Zombies da drüben oh ich hab glaube ich noch neue Holzart oh welche warte, der ist da hinkommen, ich bin gespannt welche es sein wird ich bin so richtig schön, ich hab so viel auf einmal erkundet, dass ich den hinkgeber wieder im Sinten ja, was seht ihr immer Level da, ähm Amaranth, ah das Niederholz ist geil hab ich eben auch gefunden in der Liste, das ist sehr sonderbar auf jeden Fall aber naja warum eigentlich nicht ja immer ein paar Säbdings mitnehmen da haben wir bald einfach alle Holzarten, das ist schon cool no, ich muss noch diese kack necrotic bones holen, das wird zu anstrengend werden in dem dunklen Nerven, wo man nichts sehen kann irgendwelche Ursarskelette zusammen zu kloppen, nein man kann einfach nur noch sterben aber ich hab meine Rüstung ja gerade repariert, deswegen dürfte es kein Problem sein dort zu überleben und da würden wir aber wieder was spannendes erleben, nicht immer nur hier rumhängen und einsortieren das hab ich ja nur gemacht bisher, ich war immer nur zu Hause, hm geht doch nicht so, drei Säbdings dürfen noch ein bisschen weg mit den Creeper so, da fliege ich mal weiter die Liste so, was gibt es denn hier schon zu sehr auf der Karte mhm, die Karte ist immer gut viel ich hab so viele Points gesetzt irgendwie, die ich gar nicht brauche aber das Portal da drüben, das kann man eigentlich lassen, ne? ja, Nether Portal da ist die, die ach, das wollte ich ja noch behalten als Punkt das Castle kann ich mal eigentlich löschen Edit Marker Name einfach das ist mit einem Stab jetzt darf ich wieder zu Fuß gehen so, das Castle ist da drüben oh, das ist ja echt verdammt weit weg aber das wollte ich doch löschen nehmen läuft bei dir Skype ja, Skype ist immer gut Options kann man sich irgendwie löschen ja, super, man kann sich mal die Punkte auf der Karte löschen, ist ja super toll naja, dann nicht mhm, da wär Geist Minimap besser ja, die ist glaub ich nicht kompatibel, deswegen naja das ist ein Map Writer was mein ich weiß hätt ich sonst draufgepackt wär schon cool gewesen oh, da ist wieder so ein Sandturm ah, Sandtürme die sollen ja echt fies sein nicht so neat ok, Electric Essence ich wollte ja die Essenzen holen mhm, mhm hier waren noch welche, ne? bitte, bitte Magic Essence das ganze Jahr noch haben wir noch mal halt, der hat grad zu uns in meinem Leben halt, der hat grad zu uns in meinem Leben ha, ha einen Dior oh, nicht hier klein Lizard Lizard Lizardmänner bösen Lizardmänner ja, ich spukne ihn mal voll wollen die einen tot hauen böse sind die, verdammt böse und schon wieder schön gelevelt schon wieder Level 21 für nichts ist das schön Monster in der Nähe ne, gut ok, Holz haben wir nicht ne, klar, kein Holz dabei immer wieder immer vorbereitet so ach, hier noch ne Kiste dafür bin so dumm so, ich bin immer noch Level 31 das kann doch nicht weitergehen haha muss jetzt gleich instant Level 500 sein ja, auf jeden Fall ich mein, das ist ja auch eigentlich noch mal logisch, ne? ein Kampf, Level 500, sofort oh ja, Ender Dragon, hallo? ja, ok, dann ist das irgendwie, ja klar da haben wir schon ne Menge Level ja, aber auch keine 500 aber viel Platz sehr, 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 sehr schön wie der ok, so, wo war das Holz? da drüben, ne? da drüben in der Kiste ja, genau da da ist es, ja wunderbar so viel Holz ist das toll aber nur wenig Holzarten oder? ne, das ist ja wie in nem Crab Turm ah, der Crab Turm die sind immer voll, naja nutzlos, nur für Level gut eigentlich ja aber sonst sind die eigentlich voll und kommen unnötig ja, es liegt dann kann ich mir noch einen neuen ja so und so so, ich geh jetzt einfach komplett hoch und dann lud ich den Pfad von oben aus das ist auch gut so Electric Staff den werd ich mal schön verzaubern gehen dann hab ich endlich wieder was Kapital zum Reisen und dann können wir nach Wirkenholz suchen gehen wenn wir es mal finden werden was wenn die tun? wünsche ich dir viel Spaß, ne? ja, super das wird toll die Richtung haben wir noch nie bereist deswegen könnte es was werden aber nur vielleicht die auf das Meer hinaus beim spawnen ja, da bin ich lang ach, da bist du lang na, da war es ja fast erfolgreich deswegen, ne? könnte ja was werden ach, Holzarten, glaub ich das ist ja richtig gut die haben wir noch alle nicht gefunden deswegen ist es alles sehr gut das könnte uns alles helfen wird es auch tun das wird es einfach für jede Holzarten eine eigene Riesen fahren werden ja, braucht man auch für das grüne Holz natürlich ich finde allerdings die Farbe von der Palme finde ich irgendwie schöner das Holz irgendwie ein bisschen türkiser sieht irgendwie schon besser aus ja, das ist einfach für die für das grüne Holz ja, auf jeden Fall sieht ja auch schon nicht schlecht aus wenn man es so sich ansieht hier kann man eigentlich nehmen so, dann haben wir endlich was und wenn wir zurückkommen können das ganze Feld vielleicht mal bald abgeerntet werden ähm, was habe ich hier noch ah ja, Gold im Goldblock kann ich mir jetzt machen das ist schon mal sehr gut 40 läuft weil hier läuft ja, scheiße, ich bin boah das ist auch gleich im Arsch also muss ich mich gleich zurück ja, das die hält einfach nichts aus das ist echt verdammt nochmal doof vor allem der Helm ja, der ist auch am weitesten und sehr gepuscht ja, das ist immer nicht schön boah, Rare Spinne bevor wir noch irgendeinen Rüstungsteil kaputt geht was so teuer war mache ich lieber ne ne Reparation davon Ero Rare Spinne ist ja einfach überall dickportig ja, das sind die Döven und vor allem die mit dem den Regenerationseffekt die sich einfach 2 Leben pro Sekunde regenerieren können hatte ich ja auch ein Exemplar davon in der Höhle das ist boah unfassbar boah, du bist doch ein riesen Spacko diese Spinnen und jetzt wegbringen du kannst dich mal ziehen du kannst dich mal ziehen boah ähm da waren die Alters dann kann ich mal das reintun Schaufel brauchen wir nicht auf unserer Reise auf keinsten ach ja Gold Goldblock so Leute ich will noch ganz viele Level haben aber wir müssen jetzt gleich zurückporten ja ja ach ja mein Spiegel ja auch dabei dann kann ich ja wieder mich zurückporten jeje das ist toll wenn ich sterbe wird ja immer noch da sein weil ich ja den Ender-Rucksack dabei hab so Goldblock Ohne mein Spiegel wärst du am Arsch ja ich auch ich würde nie mehr zurückfinden einfach auf keinen Fall ja zurückfinden schon durch die Map aber es würde einfach nur Jahre dauern ja das auf jeden Fall du musst nur aufpassen dass der Spiegel nicht kaputt geht dann ist nämlich immer alles am Arsch kann er kaputt gehen ja wenn man den irgendwie falsch ähm setzt dann kann er irgendwie kann man sich wieder nicht zu nach Hause porten aber man kann ihn reparieren irgendwie hab ich auch geschafft als ich beim Castle gefangen war und nicht mehr weg kam also es geht irgendwie der kann und wären mehr Leben als Schwarze hm hm das ist irgendwie auch schon sehr hm schlecht rassistisch und schlecht finde ich nicht gut also die Gleichberechtigung ist da irgendwie fehlgeschlagen glaube ich neues Holz so wir haben noch drei Blöcke gold und haben wir den ganzen Brunnen fertig uh du bist Willow das haben wir schon oder boah ist das viel es gibt irgendwie auch Stahlohr und sowas ah wir haben jetzt mehrere Eisen Stacks das ist schon mal sehr gut Willowwood haben wir schon oh krass nein haben wir nicht ich gucke mal ich denke mal nicht ich gucke mal ne haben wir glaube ich nicht wir haben voll wenig wir haben jetzt auf jeden Fall Oakwood Sprucewood Junglewood haben wir noch nicht gefunden glaube ich doch habe ich einfach einmal Redwood haben wir Firwood haben wir noch nicht das ist auch so voll beige Farben fast Acacia haben wir Eucalyptus haben wir Palmtree haben wir Sakura haben wir Ghostwood haben wir Bloodwood haben wir sogar auch Hops Seed haben wir noch nicht das ist auch cool das ist ja richtig gut von der Farbe her das ist auch nicht schlecht das kann man sich auch holen mal gucken ob ich das irgendwie finde ist nicht ganz so orange wie das Maple das könnte eine Alternative für mich sein geh ich mal suchen ich finde es sowieso nicht wie alle anderen Holzarten ich habe so viel Scheiße dabei ich bring es nie weg das ist Mann Kisten dafür habe ich auch keine ach doch ne Weizenkiste habe ich ja sogar gemacht Boah Weed Ich meine im Inventar Hilfe Kohle Emerald Shards es ist immer voll das Inventar ich mache es leer aber es hilft nicht es ist einfach immer voll Boah das eine Knochen jetzt geht weg Knochen sechs Knochen habe ich auch schon wieder ich muss mal alles rauswerfen aus dem Inventar so was brauche ich denn nicht keiner fort tun aus dann kann ich was rauswerfen nein brauche ich nicht Kopperohr brauche ich das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht ist mehr Platz im Inventar das ist unnötig ich habe so mein vollsten Inventar wieder Zombiekopf toll hau mich noch Level 40 werden jetzt das schaffst du noch das schaffst du noch Kopperohr habe ich auch wieder schön dann gehe ich erstmal los achja Holz für ein Boot dann gehe ich mal schön irgendwann wobei du warst ja in der Richtung ich kann auch in die andere Richtung gehen auf das auf den anderen Ozean hinaus oder in diese ne da war ich schon das hat keinen Sinn ich guck mal die Map an aha das ist ja schon mal ne da waren wir schon wobei da hinten ist ein Wald da war ich noch nicht glaube ich habe ich es auch schon erkundet aber noch einmal Birke gefunden hast dann haben wir es wenigstens ja ein einziges Mal haben wir es oder ich gehe in die Richtung wo ich schon mal war ja das ist gut weil da war ich noch erst bis zu der Burg und da war noch Schneebi um das andere ist ein Wald das könnte was werden die Wälder sind auch verdammt groß hier irgendwie habe ich das Gefühl sind nicht klein ich gebe meine Meteoritenaxe auf jeden Fall nehm ich mit so ein minderwertiges Schnee das ist minderwertig ist das ich werde wahrscheinlich wieder verhungern auf der Reise weil es so lange dauert bis ich was finde aber naja von daher Waterbuckle kann ich mal wegbringen vielleicht finde ich auch ein paar Goldblöcke mal gucken ich habe in den Truhen so Moment ich habe doch was gefunden in den Truhen die Goldblöcke oder ach ne eben schon verbaut ich habe einfach in den Truhen 5 Goldblöcke gefunden das hat schon was gebracht aber sie sehen noch nicht genau das was wir brauchen wir brauchen noch mehr da ist nichts drin im Enderrux da könnte was drin sein den brauche ich ja hier ne Eisbären dann gehe ich mal verzaubern den Stab hier den kann man mal ok und warum haben dann wieder Eisbären also weiße Bären mehr lieber als braune das ist auch ne Frage ne also wirklich ist man diese Vergleich zwischen erster Welt und dritter Welt also dass die überhaupt irgendwie einen Unterschied machen finde ich schon sehr dreist gibt Minuspunkte finde ich nicht gut das Essen ich könnte auch auf jeden Fall ne Höhlenturm machen mit meiner Ausrüstung bisher ja könnte ich sogar machen stimmt ich müsste meinen Spiegel mal neu setzen erstmal noch an meiner Ruine ja einfach neu setzen dann geht das schon ich kann auch neue Fackeln machen stimmt dann habe ich ne mehr ich muss ja wahrscheinlich eh ein Dungeon auslooten ich werde sowieso wieder was machen ich sag ich will nur holz tun aber ich werde eh wieder ein Dungeon looten am Ende das ist klar nehmt die mit zu großen Fackeln so dann habe ich da ein paar Fackelis für die Reise es wird auf jeden Fall nicht reichen aber ich versuche dass das ganz okay ist und los geht die Reise ich bin gespannt bitte finde Holz ich muss Holz finden so peinlich einfach wir suchen nach Birkenholz so bitter aber es gibt keins aber in der Liste ist es ja drin das kann also nicht sein und das Sakura Wood ist mir ein bisschen zu hell schon wieder das passt zum Marble nicht mehr so gut das sollte ich vielleicht ändern so Leute dann gehen wir wieder nach Hause oh es wird so spannend werden auf jeden Fall jetzt den ganzen Weg zu laufen und ich habe kein Thema Mist naja dann such dir eins raus da ein Thema was kann man denn da nehmen ich bin da unschlüssig naja mal gucken ob ich mir eins einfällt irgendwann oh die ist jetzt böse jetzt muss es mir die ganze Welt hier wieder lernen vom Anfang ich glaube ich war die ganze Zeit dumm und behindert wenn das jetzt wahr ist und das hier eine Birke ist sag bitte nicht dass es eine Birke ist bitte nicht und ey es ist Acacia das sieht ja genauso aus wie Birke Alter die waren nämlich genau im Weg hier wo wir immer lang gelaufen sind aber nur Acacia Wood warum sieht voll aus wie Birke es ist auch genau so in der gleichen Farbe Plank oder wenn man Rot eingeht müsste genau das gleiche kommen das ist Birch Wood das andere wo es in Acacia Wood das sieht fast genauso aus gibt auch Mangrovenholz das ist ja richtig geil das ist ein cooles Design sieht einfach genauso aus so jetzt mach ich hier erstmal einen bezoglichen Wald sehr schön es ist fast genau die gleiche Textur alt das ist so verwirrend vier neue Baumarten hier bei uns das ist super dann haben wir ja endlich was buntes hier bisher nur diese ganzen Gammelbäume diese depressiven weißen Bäume fast schon die sind ja schon naja sehr sehr besonders und speziell weil sie weiß sind ja auf jeden Fall was anderes auf jeden Fall ist schon sehr cool was anderes alles muss nicht umgehen so das ist jetzt echt weggebackt das wäre natürlich nicht so schön das packt manchmal wirklich ein bisschen weg ok wir waren auf jeden Fall schon auf diesem Punkt jetzt muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken wir haben jetzt eine Holzartfälle und deswegen das wäre nicht so schön ne naja der scheiß Inventory Tweaks die wächst es halt trotzdem immer hin und her ja verstehe ich auch nicht aber passiert halt ne ja wie auch immer immer schön ich muss halt an dieser Stelle auch schon wieder Schluss machen mit der Aufnahme leider ist ne doofe Zeit aber passt von der Zeit genau also bis zum nächsten Mal haut da rein und bleibt er fresh bis zum nächsten Mal